Der nächste BVT-Skandal. Mutige Passanten stoppen einen Übergriff und der Schnee verursacht erste Unfälle. Das ist Ihr Nachrichtenüberblick am Dienstag. Der nächste Skandal im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Ein Kriegsverbrecher aus Syrien wurde 2015 von BVT-Beamten von Paris nach Wien eingeschleust. Österreich hat den Transfer vorfinanziert und dem General einen rechtskräftigen Asylbescheid, eine Wohnung und einen neuen Reisepass organisiert. Der General, der mutmaßlich Folter zugelassen oder sogar angeordnet hat, war offenbar ein wichtiger Informant für einen befreundeten Geheimdienst. Es ist neben Sexfotos, Nazi-Postings und den Pass Rohlingen für Nordkorea nur einer der Krisenfälle im Geheimdienst. In St. Georgen im Attergau konnten Passanten eine Vergewaltigung verhindern. Ein 17-jähriges Mädchen wurde von einem Gleichaltrigen zu Boden geschlagen und gewürgt. Ein mutiges Pärchen, das die verzweifelten Hilfeschreie hörte, reagierte sofort und vertrieb den Angreifer. Der Mann konnte den 17-Jährigen so lange fixieren, bis die Polizei eintraf. Der mutmaßliche Täter wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Der dichte Schneefall hat Dienstagfrüh zahlreichen Autofahrern den letzten Nerv geraubt. Vor allem auf der Südautobahn in Kärnten ging gar nichts mehr. Gegen 5.30 Uhr kam es auf Schneefahrbahnen zu mehreren Unfällen. Die gesamte Fahrbahn Richtung Klagenfurt wurde blockiert. Laut ÖNTC kommen immer noch Meldungen über Verkehrsbehinderungen wegen der Schneefälle herein. Paris Hilton hat ihre Verlobung aufgelöst. Erst kürzlich schien die Hotelerbin mit dem Schauspieler Chris Silker noch auf Wolke 7 zu schweben. Die beiden wurden aber dann seit 20. Oktober nicht mehr miteinander gesehen. Und nun ist es offenbar aus mit dem Traumpaar. Für Paris ist es schon die dritte aufgelöste Verlobung. Bleibt zu hoffen, dass sie beim vierten Mal mehr Glück hat. Und jetzt zum Wetter. Und da zeigt sich heute maximal im Westen noch die Sonne. Da wird es auch wärmer mit bis zu 8 Grad. Der Osten des Landes hat heute keine Chance mehr auf schönes Wetter. Es bleibt trüb und es regnet immer wieder bei maximal 3 Grad. Morgen am Mittwoch scheint von Vorarlberg bis zur Obersteiermark die Sonne. Und da hat es bis zu 7 Grad. Im Osten des Landes hingegen dominieren dichte Wolken. Regnen sollte es aber nur mehr zeitweise. Bei dem Wetter kann ich Ihnen nur viel Tee und warme Socken empfehlen. Ich hoffe, Sie haben trotz der grauen Wolken einen schönen Dienstagnachmittag. Und ich freue mich, dass Sie bei uns sind. und ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Untertitelung des ZDF, 2020